hallo youtube und herzlich willkommen zu einem neuen part von stellar ist so ich habe jetzt offscreen noch ein ganz klein wenig gezockt man sieht ich glaube sechs jahre oder so habe ich gespielt habe so ein bisschen auf die fleet gewartet habe sie jetzt hier schon mal das was fertig ist vereinigt die kreuze habe jetzt ein bisschen aufgeteilt hier werden jetzt ein paar gebaut in alpha centauri wenn ein paar gebaut und in series werden ein paar gebaut das nicht die ganze last auf alpha centauri lastert denn alle anderen werfen waren schon fertig und wie gesagt ansonsten habe ich den rest schon mal vereinigt man sieht 30,4 k ist schon fast fertig dann habe ich ein bisschen um die fraktionen noch gekümmert die sind jetzt mittlerweile eigentlich ziemlich zufrieden die meisten von ihnen und heute wird es zeit dass wir ja wie soll ich sagen dass ort norian dominion von der galaxie map wegen sollte eigentlich relativ schnell gehen und damit eigentlich ziemlich entspannt sein ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich fliegt drei schon mit in den krieg ziehe oder noch warte bis der rest fertig ist ich denke die kann noch warten weil wir haben jetzt hier nicht so viel was auch was wir hier mit was wir rechnen wobei wir könnten sie hochziehen wir ziehen sie hoch tut uns ja nicht weh und flieht 1 und 2 werde ich dann straight nachher hierhin bewegen da der nämlich 10,8 k wieder aufgebaut die würde ich gerne eliminieren weil dann haben wir überhaupt kein problem ganz kurz pause ach ja eine forschung habe ich noch eingeworfen hier fällt produktion und lebensdauer gut krieg krieger klären welches system wollen wir wir wollen an daniel dann wollen wir art war genau das ist es eh schon abtreten und abtreten das war es dann eh schon immer gut ist ein hauptsystem aber das sollte jetzt relativ flott gehen fliegt 1 fliegt 2 wenn die da auch dahin und die dürfen sich hier dranhängen schauen wir mal moment ich glaube die schaffen sprung direkt dahin ja der soll da direkt hinspringen ich würde mich interessieren ich befürchte ich komme von echt ich komme von da oben ich komme von hier mich würde interessieren wo ich hinspringe okay der springt hierhin fliegt 13 wir auch mal hierher braucht zwar noch ein bisschen aber ja so mehr recht sein fliegt 1 ist dann eh hier ich glaube der hier verpisst sich oder das ist eine ganz nette überraschung das ist wirklich eine nette überraschung da sind wir die jetzt hier auf einem serviertablett und ich glaube ich habe wirklich nichts verloren ich habe echt nichts verloren ja dann dürft ihr da hinspringen die 3er fliegt die schicken wir jetzt mal hier so ein bisschen zentraler die soll so ein bisschen ein bisschen ein bisschen aufpassen wie läuft es hier läuft eigentlich soweit ganz gut hier sind auch die hostile fliegt in gage die 10 k sind hier auch vertreten so der macht die glaube ich gerade die konstruktionsschiff sich gleich und updated hier läuft eigentlich ganz stabil ja alles bestens und dann ziehen wir mal die fliegt dahin der engaged hier auch ganz Perfekt die 3er fliegt ist auch schon so gut wie da wenn es gut läuft und update kriegen wir die 10,9 k da oben platt würde mich auf jeden fall freuen was greift die jetzt noch alles an die hostile fleet engaged so wie schaut es hier aus ja läuft hostile fleet engaged okay wir greifen jetzt echt erst einmal hier die die 100.000 korvetten an oh nice hostile fleet engaged die ersten fallen schon bevor er überhaupt in schussreichweite ist situation log update richtig richtig nice aber die energiewaffen sind halt echt echt super aber okay eine korvette von mir kriegt auch gerade einer auf den sack situation log update aber für ihn läuft schlechter als für mich aber für ihn läuft schlechter als für mich es kommt hier an okay wow hostile fleet engaged und da kommen sie wieder situation log nach hartnäckig sind sie ja wie läuft es hier ja hartnäckig wie sau ist auf jeden fall okay die sind weg die sind geschichte cool ja dann kümmern wir uns um die 10k da oben und danach würde ich mich gerne um die 36k da hinten kümmern schaut es hier aus da sind wir schon fleißigst am bombardieren geil ja die hat noren fleet die ist jetzt eine geschichte ein kreuzer drei schlacht ist das ist situation log update das war es mit ihm aber gut es hätte jetzt aus seiner sicht auch keinen sinn mehr gemacht die noch wegzuziehen weil ihn gibt es eh nicht mehr lang und da muss man jetzt natürlich verteidigen mit was man hat und die ab ja die hauen ab schade eigentlich so hier sind wir mit dem planetan angriff jetzt soweit auch erstmal fertig und haben wir schon 26 prozent hier sollte es jetzt relativ schnell von statten gehen so so das ist eigentlich ganz nice dann seid ihr meine neue vier flotte ihr dürft hier hinten mal angreifen und danach hier ihr hängt euch wieder hier an den arsch von den teilen und wie schaut es hier aus ja eigentlich ganz nice ja so so soll ich ja könnte ich wirklich machen schicke ich mal ganz kurz rüber die truppen transporte dass wir den planeten annektieren und danach schicke ich ihn wieder zurück aber ich glaube das dauert jetzt ein bisschen bis wir hier bis wir jetzt hier durch sind das hat ja doch ein bisschen was weg zu räumen leider haben sich halt wieder einige fraktionen jetzt hier etabliert das ist ein bisschen ärgerlich aber das ist halt beim krieg so kann man leider nichts gegen machen situation gut man keine rasse wählen die ja etwas kriegsgeiler ist als die die wir haben aber gut das wusste ich am anfang auch nicht hostile fleet engaged was hat denn der hier jetzt vor ich denke da hatte keine chance situation log updated oder fangen die den hier ab so wie schaut es hier aus aber jetzt sind auch schon fast da ja das läuft doch ganz gut leute 42 prozent kriegs erfolg jetzt nehmen wir den planeten noch weg die man hier hat die letzte werft glaube ich platt jup da kommt er wieder mit seinen truppentransportern ich glaube der versucht das jetzt immer wieder und ich glaube die werden den dann wieder abfangen oder da sind aber einige drauf also da wären einige drauf gewesen sagen wir es mal so situation log updated gut meine truppentransporte dürfen sich dann hier anhängen auch schön wir greifen sie schon an situation log updated so die sind eh schon am weg dann könnten wir dir noch schnell versuchen abzufangen und danach wägen wir uns mit fleet 1 und 3 rüber ins trucken im kingdom hostile fleet engaged wir haben ihm hier natürlich erstmal die bergbaustation noch kaputt nein 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 der auto jetzt hier ab oder hostile fleet engaged ja der haut ab und wie schaut sie aus mit dem bombardement passt und auch pferde drauf äh esel aber die beiden hier die kooperieren ganz gut miteinander situation log updated moment da braucht ihr nicht hinfliegen da gab es doch mal irgendwas hier mit anhalten so eins und drei wo geht ihr mir jetzt am besten hin ach wisst ihr was 1 und 3 dürfen dahin truppentransporte sind hier auch schon auf dem weg sehr schön haben wir schon 59 prozent construction complete wird zwar noch nicht ganz reichen aber kriegen wir schon auch hin die hier sind jetzt eh geschichte ihr dürft dann hier eh direkt Bodenarmeen bis die landen ist die befestigung eh geschichte ja jep das war das letzte Adnorren System so dann kriegt ihr wieder den vierer slot hängt euch an meine zweier fleet und meine zweier fliegt was haben wir denn hier truppentransporter wo kommt der wohl hin weil egal wo er hinkommt ging mit denen hatte ihn nirgends eine chance das heißt ihr dürft einen sprung dahin machen das hatte hier habe ich hier was gut dann würde ich sagen kommen wir jetzt hier drum hier drum wo hat denn der jetzt auf einmal die fleet her mal ernsthaft wo hat der jetzt noch fleet her weil bauen kann er sie nirgends mehr nee nee komm hör auf das gehört echt noch nein Nein das gehört echt noch wie ihm Oh ich krieg's kotzen Leute ich krieg's kotzen ich krieg's kotzen ich krieg's kotzen ernsthaft ja ok scheiße roten wir sie doch nicht aus ich hatte echt gehofft dass wir jetzt ausrotten und aber nö das wird diesmal nichts aber nö das wird diesmal nichts oh man oh man oh man oh man oh man Situation log updated läuft sie mit einem planetaren angriff falschen planeten anklicken ist natürlich jetzt nicht unbedingt der smarteste move hostile fleet engaged Hostile fleet engaged man 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 maximum timeline luckily collapsen wurde jetzt vielleicht wenigstens unter Das wäre echt nice. Oh, das pisst mich jetzt an, dass der da am Arsch der Welt noch ein System hat. Unglaublich. Wie hat er das denn jetzt gekriegt? Ich check's nicht. So, haben wir hier. Da kommen wir noch hierher. Greift der mich hier echt an. Ah, die Schiffe schauen ganz nett aus. Hostile Fleet Engaged, Situation Log Updated. Haut der jetzt ab, oder? Ja, klar haut der ab. Klar haut der ab. Kann ich jetzt eigentlich schon... Nö, kann ich nicht. So, irgendeine Research. Das wird jetzt irgendwie immer uninteressanter. Hm. Komm, nehmen wir das. Naja, in vier Monaten ist man eh wieder. Neu. Neu verhandeln. Der Planet ist eigentlich eh schon platt. Was hat er hier? Unbelievable. Unbelievable. Hat der Kerl echt noch Fleet? Ich brech ab. Hostile Fleet Engaged. Was kommt hier? Na, nichts sagen, dass... Mann, 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 Mann. Das hat jetzt so leicht sein können. Aber okay. Was soll's. Leider kann ich es noch nicht einfordern. Hostile Fleet Engaged. Da fehlt mir echt noch einiges dazu. So. Haben wir hier die Werft kaputt. Situation Log updated. Und danach das Ding hier. Hostile Fleet Engaged. Die dürfen jetzt hier das Bombardieren bitte anfangen. Und irgendeine Forschung ist fertig. Was ist das denn? Mhm. Wird mir zwar besser gefallen, aber nehmen wir jetzt erstmal das hier, weil das ist schnell fertig. Acht Monate. Oh, okay, 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 okay. Ich muss erstmal hier Fraktion nochmal verwalten. So. Wie schaut's aus? Können wir es jetzt bitte immer noch nicht? Und jetzt? Immer noch nicht. Muss ich jetzt echt hier 100% erreichen? Muss das denn sein? Schau mal, wie es ausschaut, wenn ich jetzt diesen Planeten bombardiere. Mann, haben wir jetzt viele Fraktionen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Was treibt der hier? Der Lunge. Recherge complete. Hostile Fleet Engaged. Treffepunkte Schilde, oder? Ja. Was macht er hier? Ernsthaft, müssen wir jetzt wirklich erstmal die Bergbaustation kaputt machen? Macht doch bitte einfach das, was ich von euch verlange. Ich verlange doch keine unmenschlichen Sachen von euch. Hier die Fleet hätte ich sehr gerne noch. Die hätte ich echt verdammt gerne noch gefressen. So. Die F-45 Korvetten, die hätte ich so gerne noch kaputt gemacht. Situation log updated. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier einen planetaren Angriff mache. Würdest du bitte einen planetaren Angriff machen, dass der immer wieder auch seine Befehle vergisst? So. Ey, wegen drei Punkten. Ernsthaft. Moment, den nehmen wir jetzt ein. Ich habe hier die Truppenransporte eh dabei. Das dauert nicht lang. Wir machen jetzt heute ein bisschen Überlänge. Ich will hier die 100% erreichen. Weil sonst nervt mich das. Und für den nächsten Part reicht es eh nicht. Und somit gibt es ein bisschen Überlänge heute. Und danach versuche ich, mit denen hier die Fleet von ihm hier abzufangen. Die ganzen scheiß Korvetten von dem. Boah, wie inaktive Gebäude. Ich bin echt so unzufrieden. Das ist die Frage. Kann ich es jetzt einfordern? Okay. Ihr sagt, es wird keinen Frieden geben. Gut. Dann. Hier packe ich. Da hin. Dann schauen wir mal ganz kurz. Wohin schauen wir mal. Komm, schau mal her. Ey, wegen einem Prozent. Oder soll ich doch die Fleet versuchen abzufangen. Ich bin gerade hin und her gerissen. Ich will diesen scheiß Krieg jetzt endlich vorbei haben. Was kommt hier an? Was kommt hier an? Ja. Ja, doch, das waren schon einige. Die könnten theoretisch... Die könnten mir theoretisch schon Ärger machen. Hostile Fleet engaged. Perfekt. Research complete. Hostile Fleet engaged. Hey, wieder mal was. Irgendwas zum abbauen. Meine Kollegen dürften jetzt hierdurch auch auftauchen, weil ich bin momentan noch gestunnt vom... Perfekt, Leute. Perfekt. Situation log updated. Cool. So, wir haben unseren Sieg. Ich hab das hat Noren Dominion immer noch nicht besiegt. Ich krieg so das Kotzen, Leute. Ich hab's so gehofft. Aber gut, was soll's. Das machen wir jetzt hier noch schnell fertig. Hier bauen wir ein Hype Entertainment Forum. Jep. Dann bauen wir hier noch irgendwo ein Hype Entertainment Forum. Ähm... Ersetzen durch Hype Entertainment Forum. Jep. Dann hier irgendwo auch. Kann man direkt hierher setzen. So kann ich das hier noch nicht. Ich mach hier echt eine planetare Hauptstadt erstmal. Ähm... Sack mal, Bolz. So eine Scheiße. Das war doch der Hauptsystem. Wie kann der da keine planetare Hauptstadt haben? Wo ist das Haupt... Wo ist denn das Hauptgebäude? Ernsthaft, wo ist der Hauptgebäude? Physiklabor? Energie? Bergbaunetzwerk? Habe ich das... Das... Okay, interessant. Das bleibt jetzt erstmal so, wie es ist. Das eine System könnten wir hier schon mal in diesem Sektor, das war der San Luca Sektor, oder? Das machen wir jetzt noch schnell. Planeten, Sektoren, San Luca Sektor, Sektor verwalten. Pack mal schon mal dazu, dann haben wir nur noch einen außerhalb. Da warte ich jetzt, weil da will ich dann auf jeden Fall einen Hype-Entertainment-Forder noch haben. Das ist mir wichtig. Aber meine Freunde, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Wir machen jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Spaß. Bewertet das Video, schreibt lasse Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.